Ich liebe die sehr viel. Die ist halt auch geil. Das schneide ich alles mit ins Video, ne? Ne, jetzt wird daneben reingeschnitten. Uncut Free Intro. Hier neben mir. Oh, let's go. Ich versuche einen fixen Hebe... Oh Gott. Nein! Lass beim Loot sammeln und dann spielen wir mal gemeint. Ist irgendwie lost. Oh Gott, man natürlich. Er ist down. Oh Heli. Oh nein, oh nein, oh. Oh nein, hier ist noch eine Hilfe. Hier landet wieder einer. Und hinter uns kommt ein Auto. Wo ist der Nächste? Da kommt ein Cruddy. Hier ist ja direkt einer. Oh, auf mich. Quickscope. Cluster Strike auf mich. Hä, diese Waffe ist so OP? Was? Welche Waffe ist so OP? Hier habe ich was gesehen. Oh ja, da sehe ich auch was. Ja, erster down. Nein. Nein. Guck mal, und dann wieder Headshot down. Und jetzt snipen, komm. Let's go, streng dich an. Oh ja, let's go. Die ist geil. Was ist das? Halbes Aquarium im Visier wieder. Es ist halt einfach unscharf. Ja, gönn dir. Ja, trotzdem ein K.O. Auf meiner Leiche irgendwo ist der unsichtbar. Ich glaube, mit irgendwas kann man was machen, aber ich weiß nicht mit was. Ja, 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 da ist er. Hilfe. Er ist im Busch. Oh, ich cheat so hart rein, da mach ich ein rotes Fick drüber. Helikopter kommt wieder. Oh, Shipwreck. Habe ich K.O. aus dem Heli. Let's go. Mit Mac-10. Oh nein, komm. Gegenüber Südosten, hier. Bam, Junge. Geiles Ding. Ja, let's go. Ich kriege den im Auto nicht, Mann. Oh Gott, er fährt mich ungleich. Ich darf auf mein Auto. Nein, 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 nein. Hier ist er. Habe ich. Jo, Leute. Wir wurden wieder am Start. Und heute spiele ich mit Fanz und Equat zusammen die XM4. Ah, und wir müssen noch ein Türchen öffnen. So, heute haben wir Honig-Nuss-Knusper-Topping. Würde mal sagen, das kann man auf jeden Fall schön als Müsli essen oder so. Und das ist ja eins von den Sturmgewehren, die jetzt neu dazugekommen sind hier in Warzone und von Cold War rübergekommen sind. Das ist alles noch so verwirrend für mich. Und ich werde natürlich auch versuchen, die richtigen Klassen dafür für euch zu bauen. Ich spiele sie jetzt aktuell so, dass wir halt hier möglichst hohen Schaden einfach haben. Bei Schalldämpfer habe ich mich noch nicht so ganz entschieden, ob man jetzt wirklich den Schalldämpfer draufpacken soll, weil es eben die Reichweite und eben auch die Kugelschnelligkeit schlechter macht. Dann hier den Griff für die Rückschusskontrolle noch mit drauf. 45er Magazin und ganz wichtig auch, damit der Zuckenwiderstand, also der Flinch, weniger ist. Packt ihr einfach solche Aufsätze mit drauf. Aktuell spielt die ohne Visier, weil die halt relativ nice zu kontrollieren ist. Auch weil der Rückschuss nicht so hoch ist. Und aber in Kombination mit meiner schönen goldenen LW3 Tundra. Und ich habe sie relativ lange ohne Gold gespielt. Und wir haben auf jeden Fall richtig schöne Siege zusammen das Spiel. Das hat so Bock gemacht. Das ist meine Sniper-Klasse soweit. Könnt ihr natürlich auch gerne nachbauen. Ist glaube ich soweit die beste. Korrigiert mich da gerne, falls ihr da noch Tipps habt. Aber macht auf jeden Fall mega Laune, weil die Cold War Waffen halt einfach richtig stark sind in Warzone. Und schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten rein, was ihr noch sehen wollt für Waffen. Und was ich einfach generell noch zeigen soll. Mir macht Warzone jetzt einfach wieder richtig Spaß mit der neuen Season und Cold War. Ganz viel Spaß jetzt. Let's go! Soho! Jaha! Hast du wieder deinen Weihnachts-Pulli an? Nee. Jetzt habe ich den Merch an. Und Creator Code? Creator Code irgendwo? Hä, was? Okay. Entweder hinter Security Area oder Construction Site. Last Construction Site. Ja, Construction Site. Das ist eine gute Idee. Boah, ich habe schon schlafenden Augen. Schlafenden Augen? Ja. Man sei denn hier morgen früh da? Ähm. So. Ja. Bin ich da. Ja. Sechs. Meine Kiste. Okay, let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, ich habe eine Eierwaffe. Hab ich auch das Gefühl, dass man irgendwie gar keinen Bock hat, alte Waffen zu spielen? Einer habe ich da. Komm, ich push den. Ich hab den schon gepusht. Pushen wir den weg. Er slipt. Habe ich. Ah, Klauer! Vor die Sniper. Diebstahl. Nice. Haben wir die ganze Zeit Drohne oder was ist los? Ich habe angemacht gerade. Ja, irgendwie schon. Aber nicht das, was ihr denkt. Ihr wisst Bescheid. Nein. Ihr macht gleich Trippling. Zwei sind hier, einer Shipbreak, rechte Seite. Ich nade hier alles weg. Der ist hinter dem Ding. Oh, hä? Haben wir einen K.O.? Ich geflasht. Nächster K.O. Tschüss. Schönes Ding. Habt ihr den gefinisht, den anderen? Schön. Ja, ich glaube... Oh, Gottes Willen, Leute. Okay. So viel dazu. Ja, ja, hab ich. Neuen Pflaster. Hier am Fenster. Close. Hinter mir. Oh nein, oh nein. Ich hab die Waffen. Hab ich, hab ich. Einer hier noch. Hab den K.O.? Mann, das ist nachladen. Ich krieg's dauernd ab. Ja. Ja, bei der Farm hast du es auch... FFA Air, sorry. Ja, die hab ich gerade. Das ist echt krass. Hinten da drin. Oh mein Gott, ist die gut. Hast du die? Ja, die ist über overpowered. Über overpowered. Über overpowered. Jawohl, wir sind so. Let's los hype. Wollen wir uns den Loot mal kaufen? Ne, der kommt gleich. Der kommt in zwei Sekunden. Okay. Dann halt nicht. War das nicht so gemein. Ich weiß es nicht. Ich spiel hier heute auch erstmal die zweite Runde. Easy. Shipbreak. Hol ich, hol ich. Wo genau? Ah ja, hab ich. Kein Problem. Nice, dankeschön. Kann nicht werden. Krieg ich aber hier nicht mehr. Hä? Was passiert? Hä? Da kommt noch einer falschie? Ähm. Oh, hier hab ich auch mein XM4. Das ist die beste Waffe aller Zeiten. Ähm, im... Oh, hier kommt einer. Ich muss auch mein Loot holen. Shipbreak. Down? Dankeschön. Ah, der wurde gesniped. Von wo? Von wo? Weiß ich nicht. Ich komm mich nicht heilen. Ah, du... Bei der Brücke. Bei den anderen Lootboxen. Ist er auf K? SFK. Gib ihm. Ich komm hier rum. Ah, hier ist noch einer. Verdammt. Ich drück mal durch. Ah. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Meiner Morgen. Alter. Oh, warte mal. Seid ihr auf dem Dach? Oder bin ich jetzt tot? Wir sind nicht auf dem Dach. Da sind welche auf dem Dach. Oh, hier auf dem Dach. Direkt einer hier. Hab ich. Das ist noch mehr, das ist noch mehr. Hier hab ich erstmal viel nahe geknackt. Ja. Wir können eigentlich erstmal hier chillig bleiben. Einer landet hier? Unter uns ist was. Shipbreak. Äh. Ah, ihr habt keine Money. Ach. Ich brauch unbedingt Money. Ja, ihr könnt droppen immer einfach. Geld. Hinter uns, hinter uns. Shield. Hab ich. Nice. Wo, wo, wo. Nice. Ich hol schnell, ich hol schnell. Ich brauch Money. Der andere ist auch super low. Da sind noch zwei. Okay. Hier unten. Und hier läuft das Team. Hab schon mal. Zwei hab ich. Oh ne. Wenn es euch bis hierhin gefällt, lasst einfach gerne mal ein Abo auf dem Kanal. Da würde mich mega freuen. Ihr seid ja teilweise noch nicht Abonnent des Kanals. Und zack. Zack. Hab ich da etwa zack zack gehört? Zack zack. Der ist da. Oh, noch einer da unten. Oh, ich wünschte ich hätte Gold einfach. Das sieht so gut aus. Das sieht übel nice aus in Warzone, ne? Ah, hier oben. Oh, Sniper immer noch, Mann. Oh. Ich kann nicht markieren. Da sind zwei sogar. Ich weiß nur nicht wo. Du weißt nicht wo. Äh, hier oben. Oh, ich hab einen K.O. da hinten. Ich kämpfe da so hart rein, ey. Wo denn? Oh, hier neben uns. Hab ich Daumen mit Spezialmonie. Bam. Oh, da ist noch einer hier vor uns. Wo? Zwei, zwei, zwei sind hier. Der ist 1 AP. Oh, ich brenne. Ich brenne. Hab ich noch einen? Oh, einer hat noch gewünscht. Was? Meine Waffe ist verpackt. Die macht keinen Schaden mehr. Ich schwör's euch. Was war denn das? Ich glaub eher, dass hier diese Mauer verpackt ist. Ne, ich hab eben auch am Fallschirm an einem keinen Schaden gemacht. Das ist doch nicht so. Ich geh mal runter. So, zack, haben wir. Bei mir sind noch zwei Leute, ey. Ich bin jetzt unten. Ich bin überhaupt hier im Haus. Oh Gott. Hier oben glaub ich waren welche gerade. Bei mir ist noch einer. Oh Gott. Du bist komplett alleine, Max? Ja. Probier's einfach mal. Oh Gott, hab ich. Team weg. Nice. Achso, ich hau mal hier. Wenn hier oben noch wer drauf ist, ist ein Ritzschlag drauf. Ja, da hinten. Wir sind ganz unten und campen da. Hier oben sind zwei Gegulagte. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Hinter mir, was? Oh, aber kaum. Habe ich. Noch einer. Ja, einer ist down. Schön. Hilfe. Nein, schieß, schieß. Ich hab hier gesniped. Max hinter, Max hinter. Nein, noch einer. Ich hab noch ein Auto hier. Ich überfahre die. Oh, die Hitten wieder alle so krass. Oh, die Hitten wieder alle so krass. Zack, Junge. Schönes Ding. Hier ist immer noch einer drin. Ich hab hier eine ganz komische Waffe. Ja, ich fahr nochmal. War mal zwei fehlen noch. Ne, ist nur noch einer. Fanto, ist nur noch einer. Fanto, ist nur noch einer. Ja, komm. Der ist hier drin. Noskop, oder? Oder Shotgun. Nein, nicht Shotgun. Das wär ehrenlos. Nehmen wir noch das Hedge damit. Wollen wir rein im Boxen? Was? Ich auch! Was? Wir haben verloren! E.K., du bist rein. Ich bin hochgesprungen und wurde von der Claymore geholt. Ey, wir müssen ohne Max spielen. Wir werden ständig Zweiter. 1 gegen 3 Claymore-Klatsch. Bekommen. Ja. Ja. Hab ich. K.O. Oh Mann, oh. Maschine. Auf der Map klaut man sich, glaub ich, gute Kills. Aua! Max, gönnt ihr den da? Wo? Blau? Nee. Gelb? Sheetbreak! Ja, erstmal schnell Abfahrt. Weiß nicht, welches ist. Jo. Sieht gut aus. Einer down? Gibt's eine? Jo, haben wir. Oh, da ist nur einer. Direkt unten. Ja, hier sind welche close. Wieder bei mir. Durch Rauch ist der grad hier. Ja, holt sich Lowdowns. Hab ihn. Schön. Spritz dich weg. Jo, danke. Jo. Weiß ich, warum die Muni so schnell leer ist. Oh Mann. Hier ist echt wenig, ne? Habt ihr den? Ne. Hab ich, hab ich. Bam. Nice. Das war der letzte von denen. Geh, geh, geh. In meinem Haus wurde grad wer wieder belebt. Wo bist denn du? Ach da. Er ist oben drauf. Dann lass halt mit. Der ist hier. Pass auf, die sind hier drin. Close. Also der war hier auf dem Vordach. Brennt in keine Claymoths. Schnell hoch. Oh, wir müssen schnell. Ich weiß aber nicht, ob man hier weiterkommt. Hinter mir. Oh, die Zone kommt ganz fix. Man kann rüber springen. Nice. Wir müssen so los, Mann. Vorne raus, einer. Ein paar Hits. Ich hab keine Muni mehr. Ach, Mann. Hast du den? Warum hat man denn so Munition? Der gegenüber ist down. Land nach, land nach. Na ja. Oh, shit. Ey. Mach den weg jetzt. Ist hier nur einer drin? Hab ja. Team weg. Oh, scheiß Maske. Oh, ihr habt keine Maske mehr. Verdammt. Oh Gott. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich auch nicht. Ich sterb. Ich sterb. Ganz knapp, Alter. Ey. Könnt ihr mich kaufen? Na ja, ich renne jetzt hin. Keine Sorge. Haben mich. Haben mich. Kommen. Schönes Weg. Jawoll. Ja, aber die soll OP sein. Ach, lol. Hallo. Wir können auch eine Compilation machen, wo wir auf uns gegenseitig schießen. Hatten auf, auf mir zu landen. Was soll das jetzt? Wie viele waren denn da? Gefehlt 100 Teams. Wie viele waren da? Irgendwas krasses ist grad von oben unter. Das bin ich. Oh, er ist hinter mir einfach. Was ist das denn? Das kam wieder ein bisschen überheblich, oder? Das war wieder zu. Oh, ich bin wirklich grad mit dem Fallschirm gekommen. Ja, ja, das schneide ich absolut mit rein. Können wir jetzt eigentlich mal einen Loot kaufen? Der liegt doch da unten. Wo? Ich bin ja komplett los. Fällt mir grad auf. Ich glaub, der kam vom Dach. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Ja. Gute Nacht. Das sind nur noch zwei andere. Das sind nur noch drei Teams. Also zwei. Zweimal drei. So. Äh, hier unten. Bei den gelben Containern. Dahin läuft da auch einer. Hier fast. Oh ja, warte. Hinter mir. Oh, hab ich K.O. Komm, lass den mal final wegmachen. Hab ihn genockt. Den fand du gekillt. Jakob, wo warst du? Warte, den auf dem Boden da. Krieg ihn nicht. Doch, ich hab ihn. Da läuft einer grad rüber ins Grüne. Habt ihr gesehen? Und Sniper unten. Wir können doch hier rechts runter zu den Grünen erstmal. Mhm. Oh, hier haben wir Deckung. Okay. Hier drin. Ah. Vorsichtig. Zwei Leute. Ich hab Flash. Einer ist, glaub ich, links rüber. Hey, warte mal. Es sind doch... Warte. Das ist komplett... Hab ich down. Ich Granate rein. Nichts gebracht. Ich Flash auch noch mal rein. Wir sind doch nur noch... Drei. Einer down nochmal. Wie reicht es jetzt? Habe ich. Warte, ich hab Gasmasker auf. Hä? Was fehlt denn jetzt noch? Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer noch. Einer vom anderen Team. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Leckt so bei mir. Wo ist der? Ist der unten? Es hustet bei uns. Oh, hinter uns. Ja. Oh, hinter uns. In dem Haus wahrscheinlich. Ja. Safe. Da kommt er. Jawoll. Aha. Komm. Handshake. Zack. Geh, geh. Da sind die Wins wieder. Das fühlt sich so gut an.